Norddeutscher Rundfunk 2021 5 Minuten 64 und es trifft der Mann mit der Rücknummer Leipzig nicht richtig in die Bewegung Schöner Ball für Berischer und der Ball ist frei und jetzt ist er drinnen Michoal gelingt der Anschluss-Treffer René Gardler da im Zusammenspiel mit Berischer Gibt es denn das? 1 zu 0 für den Lask ...sicherlich mehr zu bieten als die Mathisburger 1 zu 0 Michoal so schnell kann es gehen Idealer Auftakt Erdenthaler Wer Michoal genau vor die Füße fällt Vielleicht umso wichtiger Freistoßvariante Michoal schießt dann letztlich und das war eine gelungene Variante beim Lask 1 zu Bundesliga-Tor nach mehr als einem Monat Gute Variante beim Lask da stehen vier Spieler rund um den Ball aber bei der Admirer Ja ist damit die Mauer ausgespielt worden Sachs fälscht den Ball dann vielleicht Vollginger gegen Strauß Gantler kommt ran Berischer und das müsste das 1 zu 0 sein Michoal hat sich da einen neuen Lieblingsgegner aus Heute versuchts Michoal Ausgleich für den Lask Michoal vorbei an Anbichte Goiginger aber da sind die Linzer jetzt deutlich in der Unterzahl trotzdem der Ball kommt durch Michoal Wunderbar gespielt jetzt macht er Gantler leitet das ganze selbst ein Michoal dann läuft er in den Raum Lackner kann die Lücke nicht schließen haben sie die Mannschaft aus der regionalen Liga wieder größer so noch einmal jetzt gehts wieder über die Mitte herrlicher Pass und war das abseits nein das wird durchgegeben nicht aufsteigen zumindest noch nicht noch ein Treffer über den Ex-Grazer über Reinhold Michoal tolle Passidee kein Abseits und was macht dann dann Lask bis hier Bruno Michoal guter Ball auf Bruno jetzt wirds wieder gefährlich Gantler und die Gantler und der Lask wohl nimmer was mitnehmen was gibts jetzt bei diesem Freistoß von Michoal das nächste Tor und der geht auch noch durch und jetzt ist der Ball an der Stange und den muss wenn der Tabellenführer in den letzten Wochen oft aufgetreten ist heute wirds noch eine Leistungssteigerung brauchen in der zweiten Hälfte jetzt noch einmal ein Schuss von Peter Michoal 20 Jahre 377 Tage alt Michoal links Ullmann kommt immer wieder mit nach Erdogan auf Michael Ullmann hätte gern den Ball dann kommt der Pass von Michoal gute Ballannahme von Ullmann aber es gibt ja keine Trainerdiskussion und dann wirklich mit uns Schanden wie man bei uns in Österreich sagt noch ein 4 zu 3 nach Hause gebracht hat jetzt die Möglichkeit der Ball geht Lieberstunde gehen da rein nur großartig gehalten hier Kuba nicht gut Repp macht ihm den Gefallen und serviert den Ball zurück aber hol ihn sich jetzt wieder Schwab deutlich zu spät abgespielt bisschen irritiert vielleicht durch den Schiedsrichter Absatz der Ball ist schon wieder weg Offenbacher und jetzt kommen sie die Mannschaftsburger über Andy Gruber aber gut abgelaufen von Peter Michoal Gutes Tackling von Michoal gegen aus wieder sehr gut gelöst von Ottavio und er brennt schon wieder wie so schon heißt den linken Flügel hinunter sehr sehr aktiv Thomas Salomon hat sein erstes Bundesliga-Tor gegen den Lasker zielt und die zweite Chance sitzt wird 不是 das das wir Michoal Donau Reb mit Michoal glaubhafts dieser Pass